Wir von Toni Spitzer-Gargenau haben im Rahmen der Corona-Krise, die derzeit unsere ganze Gesellschaft betrifft, ein Spendenprogramm ins Leben gerufen. Unter dem Motto Neukonvoi spenden wir unser Essen an all diejenigen in unserer Gesellschaft, denen viel zu selten ein Dankeschön zukommt. Ob Pflegekräfte, Rettungssanitäter oder Einzelhandelsmitarbeiter, euch allen möchten wir mit dieser Aktion Danke sagen. Neukonvoi. Wir mit euch. Neukonvoi. ARD Text im Auftrag von Funk